Hi, ich bin Fabian vom Hofer College und in diesem Video möchte ich dir einen geschichtlichen Überblick übers Home Recording geben. Den Begriff Home Recording gibt es seit den 80ern, dabei gehen die Wurzeln bis in die 50er Jahre zurück. Damals kamen die ersten Einspurbandmaschinen auf den Markt, die auch für Heimanwender erschwinglich waren. Erschwinglich ist dabei relativ zu sehen, denn eine solche Maschine kostete um die sechs Monatsgehälter eines Durchschnittsverdieners. Doch was nahm man zu der Zeit auf? Neben musikalischen Darbietungen wurden auch gerne kleine Hörspiele im Familienkreis mit dem mitgelieferten Mikrofon aufgezeichnet. Auch das Aufnehmen von Naturgeräuschen wie Bachplätschern und das spätere Anhören an entrückten Orten wie dem Wohnzimmer hat den Hobby-Tontechnikern viel Spaß gemacht. Anfang der 60er Jahre war das Tonbandgerät schon weit verbreitet. So fanden sich in 25 Prozent aller deutschen Haushalte ein solches Gerät. In dieser Zeit wurden auch die Grundsteine für das heutige Overdub-Verfahren gelegt. Zu der Zeit nannte man es Trickmusik, gemeint war das heute selbstverständliche Überlagern von nacheinander entstandenen Aufnahmen. Zufriedenstellend funktionierte dies dann nur mit den etwas später erhältlichen Zweispurmaschinen, bei denen man verzögerungsfrei das vorher aufgenommene abhören konnte. Einen großen Schritt machte die Home-Recording-Technik dann wieder in den 70er Jahren, in denen vier oder mehr Kanäle gleichzeitig aufs Band gebracht werden konnten und Synthesizer erschwinglich wurden. Mit diesen Bandmaschinen konnten Bands, die sich kein richtiges Studio leisten konnten, Demotapes aufnehmen. Diese Rekorder liefen mit Bändern, die ein Viertel Zoll breit waren, im Unterschied zu den großen Maschinen aus professionellen Studios, wo zugunsten der Qualität nur ein Halbzoll, ein oder sogar zwei Zoll Bänder eingesetzt wurden. Dafür waren diese kleinen Maschinen halbwegs erschwinglich, so kostete ein Vierspur Tonbandgerät um die 4000 DM und für acht Spuren zahlte man um die 9000 DM. Eine ganze Home-Recording-Einrichtung mit Mischpult und Zubehör für vier Kanäle lag bei ca. 15.000 DM. Eine weitere Neuheit für experimentierfreudige Bastler waren elektronische Instrumente zum Selberbauen. Als etwas später dann mehrstimmiges Synthesizer und erste Sequencer auf den Markt kam, konnte man ohne weitere Mitmusiker seine eigenen Kompositionen verwirklichen. In den 80er Jahren wurde Tontechnik dann digital, aber auch im Bereich der analogen Bandmaschinen gab es Neuerungen. Während in den großen Studios 24 Kanäle gleichzeitig aufgenommen werden konnten, fanden im Heimbereich die neuen Porter Studios immer weitere Verbreitung. Diese kleinen und billigeren Geräte hatten alles in einem Koffer, was man zur mobilen Tonaufzeichnung brauchte. Ein Mischpult, einen Kopfhörerverstärker und eine 4-Kanal-Bandmaschine, die auf gebräuchlichen Kompaktkassetten aufzeichnen konnte. Natürlich war die Audioqualität nicht überragend, aber was hier für ca. 2700 DM geboten wurde, begeisterte viele Hobbymusiker. 1983 war ein Meilenstein in der Musikwelt, denn da wurde MIDI veröffentlicht. Dieser herstellerübergreifende Standard verbindet bis heute verschiedenste Klangerzeuger, Sequencer, Controller und vieles mehr. In der Zeit kamen entsprechend auch viele kompatible Geräte auf den Markt, die von der Mikrochip-Technik profitierten. So wurde Sampling von Echtinstrumenten möglich und Sequencer mit großem Speicher und digitale Hallgeräte kamen auf den Markt. Audio konnte aber im Hobbybereich weiterhin nur auf analogen Bändern aufgezeichnet werden. Erst Anfang der 90er Jahre waren digitale Tonbandgeräte weit genug entwickelt, um auch im Home-Recording eingesetzt zu werden. Am weitesten verbreitet waren die Alesis ADAT-Geräte, die auf normalen VHS-Kassetten acht Spuren in CD-Qualität aufnehmen konnten. Bei einem Preis von anfangs 8000 DM waren diese Geräte trotz der begrenzten mechanischen Haltbarkeit weit verbreitet. Das wesentlich professionellere System von Tascam kam 1994 mit dem DA88 auf den Markt. Ende der 90er Jahre wurde dann auch die Audioverarbeitung im Computer möglich. Mit diesen Harddisk-Systemen konnten dann schon bald alle Aufgaben, die im Studio anfallen, virtuell gelöst werden. Seitdem hat sich prinzipiell nicht mehr so viel geändert. Klar, die Computer sind leistungsfähiger geworden, die Qualität immer besser und mittlerweile kann man ein ganzes Studio im Laptop haben. Aber der Grundgedanke, dass die Aufnahme, Bearbeitung und Mischung digital im Rechner stattfindet, ist geblieben. Wie du siehst, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Während man anfangs immense Summen aufwenden musste, nur um eine halbwegs gute Aufnahme zu machen, kommt man heutzutage mit handelsüblichem Equipment fast an Studioqualität ran. Aber mit welcher Technik wir auch immer in der Zukunft arbeiten werden, entscheidend bleibt der Spaß am Musikmachen und Aufnehmen.